Walter war noch nicht ganz 14 Jahre alt, als dort im Frühjahr 1897 der Schleier gelüftet wurde. Zum Vorschein kam nicht nur der berittene Imperator, dessen Pickelhaube die lichte Höhe von 21 Metern erreichte. Er hatte auch reichlich Gesellschaft. Zum Denkmal gehörten 53 zusätzliche menschliche Figuren und 157 Tiere, darunter 21 Pferde, vier Löwen, 16 Fledermäuse und ein Frosch. Der Zoo von Wilhelm II, kommentierte der schlagfertige Berliner Volksmund. Nicht wenigen galt das Denkmal als besonders abschreckendes Beispiel unter der Vielzahl wilhelminischer Geschmacklosigkeiten. Auch Vater Kropius wird dieser Meinung gewesen sein. Durch die Säulen, die das Denkmal einfassten, sah man auf Schinkels Bauakademie, eins der Kral stilistischer Stränge. Der Schöpfer der Anlage war Reinhold Begah, ein vielbeschäftigter Bildhauer, dessen überschwappende Fantasie den Geschmack des Kaisers traf. Bei aller Kritik verfehlte das Werk jedoch nicht seine monumentale Wirkung. Passanten, die vor seinem wuchtigen Granitzockel standen, schrumpften zu Lilliputanern. Hier tat sich die Kluft zwischen Obrigkeit und Untertanen besonders weit auf. Auch der junge Walter Kropius hat dies gespürt. Er empfand die herrische Geste aber nicht als bedrohlich, sondern konnte sich mit seiner Majestät im Sattel nun noch mehr identifizieren.